Mein Sohn des Ben S. Börnig Belliant, also die von diesen Geräten. Nachhinein kommt dann. Börnig und der Stamm hier in Navarigo. Ein Navarigo Niklassohn. Und dann Ben Ruhr. Er ist aus dem Jahrgang 7, also 10-jährig. Zum ersten Mal hier stationiert. Fährt gekürzt 2009. Oh, meine neue Hinkse auch. Da haben wir gewonnen, die Stamm einigen brauchen zu wollen. Bis zur Klasse M hoch mit Erfolgreich. Oh, meine neue Hinkse auch. Oh, meine neue Hinkse auch. Ja, deine Hinkse auch. Meine Hinkse auch. Musik 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 Dankeschön Kai Wer denn? Wer hat von Ihnen gesprochen? Belize Applaus Musik 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 Manet Ness, Berlin Young, dann Nantan, also Westfälisches Haltponyblut hier, große Nazien-Sorte, wir gleich zweimal verankert über den Muttervater, Navajo, noch einmal, dann Ben Hur, ja, hocherfolgreiches Pony, er war unter verschiedenen Reihen, dreimaliger Teilnehmer im Bundeschampionat, zahlreiche Siegungsplatzierungen in Rheinfeldpult-Hur und Mitarbeiter siegreich und hocherfolgreich bis zur Klasse N. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Ich finde, und die Kunden wünschen das auch, dass Reitpolisarokinons Volumentefe, vor allen Dingen Halse machen müssen, die doch etwas zarten, mit doch zu viel arabischem Blut, oft bei den jungen Fingern nicht so beliebt, vor allen Dingen der flache Hals. Das größte Problem ist das größte Problem. Die Kinder wollen einfach ein sicheres Hustgefühl haben. Dazu gehört tiefe Substanz, genügend Haltung, weg auf. Musik Und die Kinder online, die wir auch nicht so beliebt haben, wie die Kinder, die Kinder und Leute sagen, wie die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder, die Kinder schreiben, was auch sehr schwer. Musik Musik Vielen Dank. Auch euch mal wünschen wir natürlich alles Anrufe für die kommende Saison. Ihr werdet sicherlich noch viele Erfolge feiern dürfen. Zwei tolle Rennponnies heute hier, einen Superspringer mit Penumpfio und sicherlich hier mit Bellissimo. Ein hochverlagtes Rüsselponnie, 10-Jährigen auf dem Weg mit dem Spitzensport. Johann Konga zum Bellissimo. Bellissimo, Fantastica, Solamente, Solamente, Bellissimo, Fantastica, Solamente, Solamente. So, lasst ihr da mal um den Lohn mal pieren, jawohl. Vielen Dank. Und das Principal Ball, Pinocchio. Fürstino, Lela, dieser hochsympathische Fürstenballsohn. Rohdiamant. Ganz interessant hier. Sicherlich gar nichts. Aus dieser hervorragenden Mutter. Los Avicius. Ja. Los Angeles Sohn. Los Angeles Sohn. Bakari. Der großen Stütz. Hier. Der Stütz. Hier. Der Stütz. Der Stütz. Der Stütz. Der Stütz. Nichts. Der Stütz. Die Neunergarde hoch. Und... Scharabia. Ja, die Verehrer der Station Rüscher-Kurnermann, der Familie Rüscher-Kurnermann, viel Erfolg, viel Glück. Einfach an hier die Chefin des Hauses, Annette Wille, du stehst da hinten im Rückraum, bist ja immer so ein Zurückhaltung, ne? So deine Art, der Finger. Ja, den vielen Helfern, den Reiterinnen und Reitern, ein großes Dankeschön. Mich hat besonders gefreut, dass auch die Dreijährigen hier heute präsentiert haben, aber auch, dass hier solide und gut gearbeitet wird, wenn man sieht, mit Bacani und Champagner, auf welchem guten Weg sie sind. Das hat Andrew Fuchs. Ich wünsche den Züchtern viel Glück, viel Erfolg in den spannenden Zeiten und vor allen Dingen zunächst mal im Zuchtjahr 2017. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Ja, auch die Familie Rüscher-Kurnermann möchte sich nochmal bei allen Zuschauern bedanken, die heute Abend hier den Abend mit uns verbracht haben. Ich denke, wir haben interessante Blutlinien hier, wir haben ein junges Team, die heute Abend alle fleißig waren. Auch dafür nochmal ein riesen Dankeschön, denn wenn eure Hilfe nicht dabei gewesen wären, dann hätten wir das allein hier nicht so geschafft. Herzliches Dankeschön. Wir wollen jetzt den Abend noch ein bisschen mit Feige ausklicken lassen und dann wünsche ich Ihnen dann nachher einen schönen Heimblick und hoffe auf eine schöne Saison, wo man vielleicht so manches Gesicht nochmal wieder sieht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank.